Was geht ab? Leute, wir zocken wieder ein bisschen T-T-T mit ein paar geilen Gamern. Und zwar mit Dalu, Konrad, Maru, Maxi, Tata, Payne und einem's Hello. Und jetzt wird's jetzt schon in dem Saal. Hi. Das war nicht eh, Schmein. Oh, hier hat er gezockt. Der hat gezockt, er hat... Hier. Juli. Die Tür führt ins Verderben. Ein Dessel extra gestartet. Das ist dein Zimmer, oder was? Nein, guck mal. Mach die Tür auf. Ich mach die Tür auf. Oh nein, die Tür auf, geht da nicht rein. Hier auf der Map, oh Gott. Pass auf vor den Socken, die lehnen. Wo ist er erlegt? Ey, mein Zimmer ist mega aufgeräumt. Kauto hat einen Raum voller Pflanzen geradet. Das ist wie so eine Tür von der Wand. Mein Konrad, hier ist die Leiche. Du geradet auch den Raum voller Pflanzen. Da wollen wir hinabschießen, da hinten. Genau, das ist halt echt ein... Ich bin wieder gespawnt, aber bitte lass mich irgendwen in den Team holen, okay? Irgendwen? Das ist die zweite Fake-Leiche, das ist jetzt schon komisch. Wir spielen nicht mehr mit den Spanien. Wir haben jetzt noch eine Fake-Leiche, eine zu viel. Hallo Mann. Kann da nicht auch einfach jemand gestorben sein oder so? Ja, das ist lange so komisch. Das ist einfach nur... Ja, vielleicht ein Sturz. Ich hab keine Ahnung, ob man hier irgendwo fallen kann. Bitte und außen. Hier ist irgendwie ein Aufzugschach. Wäre Fallen auch der Begriff, wenn man eine Falle legt? Also so wie wenn ich... Schwimmen, Reiten, Fallen. So ist das auch... Schwimmen. Du kannst jetzt nicht so viele aktive Parten inhalte, dass du es wirklich machen kannst. Bei Judy im Pen auf einem Schlot. Kannst du nicht fallen? Gefährdung, ne? Das ist bestimmt... Das ist wie im Wunder der deutschen Sprache. Du kannst jemanden umfahren oder umfahren. Also ich finde das Schwarz cool. Ich würde sagen, dass es okay ist. Oh mein Gott, stimmt, Maru. Da hat einer gefällt. Meint, ne? Da hat einer gefällt. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Und wer hat das Drogendabor gefunden? Max, nicht wenn. Das ist das Drogendabor. Drogendabor? Frau hat gefällt. Wenn du die Bärenpfanne legst und ich sehe das, korre ich dann. Das ist gefällt worden. Dann hast du gefällt. Ja, ich hab dir jemanden gefunden, der gefällt ist. Der ist in den falschen Faschen runtergefallen. Der ist gefallen. Ne, das war was anderes. Der ist ja gefallen, nicht gefallen. Achso. Der Jäger fallt. Das ist der Jäger fallt, genau. Achso. Und wenn es nur Jäger sind, falten, die... Sie kommen denn nach unten oder nach oben? Oh, der war ja schlecht. Pain, hat wir absolut übergekriegen. Okay. Ne, aber guck mal, sie... Er... 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 Er Sie ist falsch. Was? Er... Er Falte... Ja. Er Falte? Wir falten. Er fällt. Er wird fallen. Er Sie ist faltert. Also Nils wird sich im Grab umdrehen. Wieso, nur weil er das Wort noch nicht kennt? Warum sollte man denn davon ausgehen, dass Nils im Grab liegt? Weil er nicht da ist. Ja, ist es nicht da. Dann ist das nur was bei dir. Nils ist nicht da, also muss er sich im Grab umdrehen. Nächste Woche bei GTA wird er wohl auch nicht da sein. Ich hab dein DNA-Dor-Faxi hingerichtet. Da steht Kundan dran. Das Symbol ist halt auf dir drauf. Oh, da hat mich jemand entdeckt. Hä, Moment. War Download nicht gelaufen? Wow, das war Items. Und hier ist noch ein unsichtbarer Items. Hä, warum ist denn eigentlich Peng hier oben, wenn er vorhin Sidekick war? Boja, Karl. Ich hab noch immer keinen Maid, ne? Ach, der hat schon wieder ne Fake-Leiche gelegt, oder was? Ich hab keine Fake-Leiche gelegt, ich schwöre. Ja gut, dann töd ich dich das nächste Mal, wenn ich dich seh. Okay. Ganz einfache Geschmack. Kundan! Kundan ist aber noch böse, ich hab's doch gehört. Hat mir die Shotgun ins Gesicht geschmissen. Tja, dafür hast du den Rücken bekommen. Das stand ich genau hinter dir. Ihr kommt eigentlich nach unten. Au! Gar nicht. Wie hast du das denn gemacht? Er kommt runter durchfallen. Linkstick. Nee, nee, unten stirbst du sofort. Hahaha. So, Linkstick. So, ist klar. Ist klar. Ist klar. Ist klar. Wer ist denn in dem Fahrstuhl gestorben und wie? Stimmt, durchfallen. Weil Tau Tau die ganze Runde durchfallen. Ja, aber das soll ja wirklich durchfallen. Und wie heißt das, wenn man in der Falle tritt? Wer hätte ich da reinfallen lassen? Gefälle. Dann muss man auf Fallen groß geschrieben sein. Also wenn du in der Falle tritt, wurdest du gefallen. Wer hätte dich in dieses Gefälle reinfallen lassen? Darauf bist du einfach nicht gefallen. Ihr bin selbst reingeschworen. Also das? Junkies for Speed. Ja und, ist doch nicht der Hausweg. Ja doch, wenn du zu viel Speed gehst. Ja, Tau Tau, willst du runter? Wer ist denn das? Pain, Achtung, ich falle. Ach nicht, nicht reinkommen. Hier, nicht. Er fällt. Nein, nicht bewegen. Nicht bewegen. Schritt zurück. Ganz langsam. Juli? Hast du gerade mit der Gummendiegel auf die Falle geschossen? Ich habe mich geschossen. Ganz langsam. Ganz langsam. Warum hast du auf nicht geschossen? Juli? Was passiert da? W-Wo vor allem? Juli? Ich habe... Ja genau. Oh! Goldniegel! Wachs hab ich in der Falle. Ist nicht explodiert. Juli, oder? Ja, ist nicht explodiert. Ich esse sie... ...chnabuliert. Jetzt der Deete. Und ich habe jetzt den... Moment, Moment. Hast du es gegessen? Kannst du nachgucken. Hier. Ich gebe dir eine Sehbestattung. Sehbestattung? Jetzt aber nicht wieder springen, Mario. Ja, ja. Hab ich gesehen. Hallo Tau-Tau. Hallo Tau-Tau. Ich hab dir schon gedacht, dass du gekommen bist. Also McFly hat Julie mit der Golden Deal gemacht, richtig? Ja, damit ist McFly... Ja, damit ist McFly... Ja, das war eine Granate einfach nur. Aber das war doch nicht... Ja, er ist gefallen, also es war eine Combo-Later wahrscheinlich. Er ist gefallen? Ja, ich weiß nicht, vielleicht kann man auch eine Combo-Later als Fallen bezeichnen. Da liegt noch ein Geschenk. Wo ist Items? Ich bin hier unten. Auf dem Weg nach oben gerade. Okay, wir schießen Items an und er muss das Geschenk nehmen. Nein, nein. Komm, Items, hier liegt ein Geschenk für dich. Items hat... Ja, das war's ja wohl du. Nein, nein, die hatten mich gerade eben in dem Besprechungsraum gekillt. Oh, das wär ja schlimm. Hallo? Nein. Keiner von uns hat hier eine Granate geworfen. Nee, von uns hat keiner. Aber es fehlt noch nicht. Es fehlt keiner mehr sonst. Er wollte denselben Kill nochmal machen. Den selben Kill nochmal? Welch denselben Kill? Ich hab doch noch gar keinen Kill gemacht. Doch, du hast Mauro gekillt. Oh. Puh, was da passiert? Da war ein Einzel-Diegel-Schuss. Ja, das ist schon richtig. Ja, aber von wem auf wen? Also, wir haben alle gesehen. Aber das war keine Sidekick-Diegel. Hier. Ihr seid alle gemeinsam. Aber Adam ist jetzt komm hoch und nimm das Geschenk. Ja. Wir haben auch geworfen. Kunar hat geworfen. Hä? Ja, hier gibt's keine... Adam ist jetzt komm hoch. Nein. Warum ich nicht? Also, du musst das Geschenk jetzt nehmen. Nein, ihr seid... Ihr seid... Jetzt hab ich geworfen. Aber nur ist da oben. Nur ist der Smoke. Ihr seid bestimmt alle ganz doll böse. Da passiert was jetzt. Das war sexy. Nicht mich abstechen. Nicht mich abstechen. Nimm einen anderen... Oh, oh! Was? Warum hast du hier... Hä? Er hat auf einmal irgendwas an der Hand gehabt, was ganz anders aussah. Aber Adam hatte das Messer in der Hand, du brauchst mich abstechen. Das war ja doch alle entschärft. Gar nicht wahr. Ja, doch, du wolltest. Aber ich hab gesagt, du solltest es nicht tun. Dann hast du es gelassen. Dalo ist eigentlich Agenten-Messer. Darf ja wohl das Agenten-Neil für eine Hand haben, oder ne? Das weiß ich nicht, ob du das darfst. Dalo, hast du gerade getrunken? Nein. Dalo wird nicht trinken. Nimm du mal einen Schluck aus meiner Flasche. Oh nein, danke. Oh, oh. Das ist Weihwasser, oder was? Ja, das war was. Weiche von mir, Alter. Oh! 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 Da war mal knapp. Wir haben ja fast erschrocken. Oh. Oh, oh, oh! Oh! Warte mal, wir haben... Hallo, ich bin fein. Du bist fein. Du musst feind. Bitte nicht böse sein. Ich bin fein. Warum sollte ich sagen, hallo, ich bin fein. Schieß auf mich, oder was? Hier ist ein totes Mensch. Hier ist eins auf mich. Schieß nicht, Mensch, irgendwo? Ja, unter... Da... Ich bin zu tief gefallen. Was holst du dir wieder von deiner Leiche da? Nichts, das bin ich. Du bist tot. Ja. Da haben wir echt wieder einen Jackal. Warum spawnst du denn jetzt nochmal? Das ist nicht nett. Weil ich nie tot war. Kannst du mich zum Sidekick machen? Ähm... Ich weiß nicht, ob ich durch die Tür durch kann. Ähm... Kann ich nicht jetzt zum Sidekick machen? Das ist eine gute Frage. Kann ich nicht. Ich habe immer noch keinen Platz für die Sidekick-Diegel. Ach, ja. Und wir haben ja beide das nicht belegt. Ja. Aber ich habe eine Idee, was wir machen können. Du springst runter? Oh, ja. Sowas ähnliches, ja. Ich weiß nicht, wie ich hochkomme. Ich kann an der einen Tür nicht mehr hoch, Kundran. Ich muss... Hey, hey, stopp, stopp, stopp. Minigun! Da hat sich ja kurz Glück gehabt, dass wir in deinem Tauter sich da beschossen haben. Ich habe auch nicht geschossen. Ich habe gesagt, du sollst mir nicht messern. Und dann war okay. Ja, und auf einmal steht dein Volker. Du hast halt einen Klack gemacht. Und ich dachte, ah klar, also irgendwas hat er jetzt gemacht. Irgendwas so will. Wie gesagt, ich habe mich geschossen. War wunderschön. Ich wollte nur nicht gemessert werden. Hallo, du hättest mich getötet. Komm ich dir später? Äh, lustigerweise habe ich nur eine Disco geworfen. Ich wollte dich einfach nur vom Dach schubsen. Aber du bist wohl irgendwie anders daran. Du hast gegen die Wand gepreilt oder so. Ich habe immer den Kopf gegen die Wand. Das war einfach nur eine Disco, nix anderes. Gamble euch jetzt K.O. Unter mir wurde einer erschossen. Da wurde jemand gegambelt, oder? Von hinten, der wurde hier rausgebracht. Wenn das du die warst. Aber Tautau. Ich hoffe, also Tautau war auf jeden Fall böse, weil ich habe einen Credit dafür bekommen. Wo bist denn du? Aber ich hoffe mal, dass das wirklich war und dass es nicht ein anderer war. Von Bait! Könnt ihr aufhören, euch gegenseitig zu baiten? Die tote Menschen. Ist gleich wieder cool. Ist doch nicht cool. Warte, ich muss mir was anderes überlegen. Pain. 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 Ich schaukele es. Pain, jetzt kill mich doch. Vielen Dank, vielen Dank. Du kommst nicht weg! Willst du gerne weg? Mach. Ich schau. Ich schau. Oh! Du hast einfach einen abgeballert, so wo noch nichts war. Es kommt oft genug durch bei uns. War das gerade eben HE? Nee, du wurdest auch nur wieder gegen die Leiterwand gebämmst. Das war wieder nur ne Disco. Die Leiterwand ist Killer bei ne Disco. Ich dachte ich hätte da noch zum Sidekick geschossen. Ach ok, das war das. Die neuen Discos sind echt hart. Dabei wollte ich nur ein Geschenk droppen. Direkt bin ich davon rausgeschossen. Ich seh da ganz viele, da verfolgen sich voll viele. Da unten siehst du das. Ja dann. Hey Tau Tau. Tauau, was soll denn das? Damit kommst du nicht durch. Er ist wieder gespawnt oder? Er wird gegessen. Sieht so aus. Ja toll, ist einer von euch so stark karl. Ich bin schon mal Kino. Du wahrscheinlich nicht, aber das heißt Dalo Kunran oder Dalo Unkunran. Nein, es ist Pain. Pain? Er ist aber tot? Nein, ich habe ihn gerade wegrennen sehen und er hat gesoffen. Tau Tau lebt wieder. Tau Tau lebt wieder. Tau Tau wird gefressen. Das ist nicht Tau Tau. Das war Pain. Achso. Hattest du nicht eine Fake Leiche? Ich habe mir wieder gebeten. Tau Tau hat sich wiederbelebt, obwohl er keine Körper mehr hatte. Ich habe dich schon lange gegessen. Er war schon wiederbelebt, bevor du angefangen hast zu essen. Der hat mir vorbeigelaufen. Da habe ich schon auf ihn geschossen. Wen habe ich dann gegessen? Ja, die Leiche von ihm. Ja, das ist eine Fake Leiche von Tau Tau lag. Hey, geh weg durch meine. Nein, meine. Das ist meine. Meine Fake Leiche, meine Fake Leiche. Die Beams Fake Leiche. Oh, hier wird gleich wieder einer sterben am Anfang. Ich gehe wieder auf den Start. Stimmt. Ich gehe wieder auf den Start. Wir beobachten das hier wieder. Warte, da wurden zwei Dead Ringer angemacht. Nein, Pain spammt den wieder. Nein, ich habe einen. Achso, okay. Ich bin Magier, aber ich habe den nicht gespammt. Das ist, weil es hier oben heilt, oder? Ich muss auf den Pro? Ja. Hier oben heilt. Warte, hast du mir grad Schaden reingefläut? Du hast schon den Random Dammit von Anfang an mitgekommen, oder? Echter, was macht der denn da? Maru, das ist eine Fake Leiche, oder? Oder wir können direkt am Anfang eine Zeit weg. Das musste sein. Gerechtigkeit. Weil irgendjemand den Random Dammit gemacht hat, schießt du mich an. Das ist keine Gerechtigkeit. Vielleicht was du. Aber jetzt weiß ich nicht, ob ich am Leben bin oder nicht. Dalu. Ja, das ist Dalu. Ich weiß nur nicht, was er genau... Tada! Ich weiß nur nicht, was das vorhat. Was ist das jetzt, Juli? Das ist ja nur ein Trick. Nee, richtig. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Das ist ein Zaubertrick. Um die Spannung zu erhöhen, werde ich jetzt ein Foto schießen. Oh oh. Oh oh. Dabit! Oh Gott! Komm her! Komm her! Nein, Dabit! Oh Gott! Wer wird's ausnutzen? Keiner! Ja wieder, wir waren ja auch alle blind! Das Schwarz ist da gewachsen! Das war ein Trick! Da kann der Marger noch was von lernen! Dafür kann ich mich teleportieren. Von einem Dach zum anderen. Du läufst gerade. Er fängt wieder an. Aua! Das war die Leichtwecke tragen. Was war das? Ich bin Protest- High. Shit. Du bist ein Prothesen- High. Ein langer Trick, der jetzt vorhin werden muss. Weil ich Sidekick war natürlich. Das ist Pain-Shot. Hallo Juli. Das ist mein Zimmer. Okay, geh runter. Nee, Dabit! Du musst den Trick vorbereiten. Was? Was guckt der denn? Tadaa! Ich guckte, wenn man als Trader jetzt ausnutzen kann. Du als Fast-Türen öffnen kannst. Was? Wieso kann man denn als Fast-Türen öffnen? Was war das? Unter dir? Und es trinkend wäre. Aber das war die Soda. Unter mir? Ich dachte, warte. Unter dir ist was explodiert. Ich dachte auf der anderen Seite. Unter mir schießt jetzt einer. Hier ist ein Barrel. Da drüben steht auch einer drinnen in der Tür, oder? Barrel Road. Wer ist eigentlich die Bette? Ja, du hast... Items. Items ist das fast. Aber das ist äh... Nicht beleidigend werden. Items? Juli? Ja. Gibt... Paine ist Traitor. Nicht hochkommen Juli. Okay. Der hat einen Dingsrang gemacht, oder was? Dann ist Juli auch. Juli und Paine laufen da zusammen rum. Ich sehe euch doch. Das sind Scheiben. Es gibt keine Scheiben. Oh. Ja, Sensei. Ja, Sensei. Nee, nicht die Treppe da hinten runter gehen. Haben wir das gerade drängen? Äh, was? Da war eine Drachenbordbombe. Lang nicht mehr. Da haben wir nur einen Drachenbord hier dabei. Juli, komm. Juli. Ja, da muss einer herkommen. Nee, müssen wir nicht. Seht deine Füße? Nein, ich hätte sie doch. Oh Gott. Ich hab die Füße. Ihr habt nur einen Leck aus ihr. Nicht rauskappen hier. Ich wollte nicht rauskappen. Das Fenstermodus-Problem. Oh mein Gott, ich seh nichts. Oh nein, ne Falle. Du warst wohl gemutet. Was wissen wir denn nicht? Ich weiß nicht. Fehler von mir. Okay. Schnell sterben, bevor ich. Er hatte mal eine ruhige Runde von mir. Was wolltest du denn groß sagen? Ich hab euch erwischt. Erwischt. Ausversichtlich. Wie du da richtig schlecht die Bärenfalle gelegt hast. Achso, deswegen hat mich auch Juli nicht gehört. Wie du gefeilt hast. Deswegen hat mich auch Juli nicht gehört. Als ich tausendmal gerufen hab, geht er nicht hoch. Hab ich ja schon. Ich hab sie ja gewarnt. Ja, dankeschön. Ohne Stimme. So. Zufälliger Schaden. Was Schöneres gibts nicht. Haben wir einen Priester? Ja. Ich hab einen. Ich hab einen. Wir machen. Machu. Ja. Legs oben hin. Priester. Okay. Priester. Alles klar. Ist das Geschenk? Wow. Ist das geschenk. Ich sehe nichts. Dann mach die Augen. Ich seh, seh, seh. Vielleicht meint es noch. Aber die Felsack kaputt stehen da drüben, ja. Genau. Du machst ne Tür auf ohne durchzugehen. Ja. Komm. Du bist fast. Oder ist das Geisterknife? fix schießen einfach mal ist einfach mal das problem ist ein stift glaube ich bin die poltergeist dran mache oder ich traue ich traue ich das wir hier oben poltergeist machen wollte ich will aber poltergeist kaputt gegangen nein er war nicht der laptop oder der computer ach so wenn du dich als computer verwandt bist du wie tot wer ist es denn hier weiter unten ganz unten oder was unten bist du jetzt aber war der entgegen gekommen aber ich finde nicht mal die leiche hier ist ruhig oder seit sie irgendwie alle nach unten gelaufen sind ich gehe wieder runter war irgendwie gekillt so oft heim so ich gehe jetzt da oben das so das war wahrscheinlich die fähigkeit wer hat pain denn die war das eben dann komme ich jetzt wieder hoch okay komm wieder hoch jetzt wird oben gemordet ich bin gleich da da oben geht es richtig rund hey warum bist du wieder kommen und kommt dran ich bin ich endlich da oh da look hat der sidekick ist auch nett sieht man auch nicht alle tage da look hat den sidekick hat sie kurz ergeben hallo hallo ist da und ja erst nicht mehr dass du explodiert bis auch du bist wieder gekommen das natürlich auch interessant will ich lieber die waffe ich glaube ich will lieber die waffe auch nachladen die katze ist nachladen die katze das ist unhöflich unhöflich das war ein schlechter nein 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 ich lade doch gerade nach acht schuss habe ich das kriege hin maxi bist du jetzt böse oder nicht oder trinkst du bist mir noch nicht ganz sicher wenn ich ehrlich bin du hast getrunken du bist böse nein 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 das ist das können liebe jetzt auch das muss mir glauben was das trinken ja viele nette menschen mit alkoholproblem du hast recht genau deswegen aber du weißt schon dass wir uns jetzt gegenseitig unser alkoholproblem gestehen müssen wo das war ziemlich assi von mir hallo das war knapp die anderen diskutieren gleich noch weiter das ist wie gesagt leider schon mal wir sehen wir uns gut tschüss tschüss